so meine lieben leute das ist die skulls weste die ich als jacke umfunktioniert habe für meine liebe freundin ja da seht ihr die hinteransicht jetzt einmal drehen genau da so sieht das vorne dann alles aus mit den beiden drucken köppen ja genau einmal die arme ausbreiten bitte damit man das auch mal ja ich darf sie nicht mit gesicht filmen das möchte sie nicht also mache ich es auch nicht gut ja okay dann habt ihr jetzt alles gesehen mit gürtel und zwei taschen ja das ist mein prachtstück aus genau ja so sieht man es auch noch mal schön wunderbar dass man das alles ja so ist es in ordnung genau oder kann man das ganze ding wieder zu machen mit gürtel habe ich dran gemacht ja schön kuschelig das ist die skulls weste nach der anleitung von crazy patterns lenz oder auch oder lenz nur wer es nachmachen möchte dann wisst ihr bescheid gut bis dann bis zum nächsten mal